Herzlich Willkommen bei Aiva Lame Gekauft, geerbt und schon lange nichts mehr gemacht. Fragen, die man sich stellt, sind doch folgende. Wie saniere ich meinen Altbau so, dass der Charme des Alten erhalten bleibt und ich den Ansprüchen von heute gerecht werde? Das ist doch die Herausforderung bei einem solchen Altbau. Fachwerkhaus, Sandsteinbau oder Bauten ab 1959. Nach dem Motto, mein Altbau hat Zukunft. Selbstverständlich kann ein Altbau soniert werden, das dem heutigen Stand der Technik entspricht. Und der Charme des Alten bleibt doch erhalten. Der Referent, Waldemar Eider und sein Fachwissen und Erfahrungen führt Sie durch das Seminar. Das Live-Seminar ist für Planer, Handwerker, Häuslebauer und Interessierte. Wo liegt bei den Bauten die Herausforderung? Nasse Keller, feuchte Wände. Die Folgen sind natürlich Salze und Salpeter. Ist irgendwo Schimmel? Mein Mauerwerk. Wie bekomme ich es trocken gelegt? Eine wiederkehrende Frage. Geht eine Innendämmung oder soll es doch eine Außendämmung sein? Soll ich überhaupt dämmen? Dampfbremse oder Dampfsperren müssen die eigentlich sein? Kommen dadurch nicht Folgeschäden? Mein Haus steht schon seit Jahrhunderten. Das Heizsystem hat die folgenden Jahre viele Diskussionen hervorgerufen. Soll es Fußbodenheizung sein? Oder nehme ich doch lieber Decken- und Wandheizung? Jeder hat recht. Was ist das Beste für mein Haus, aber auch für mich? Diese Frage und noch vieles mehr zu Dach, Wand, Boden, Decke und Keller versuchen wir zu lösen. Unser Unternehmen löst die Fragen seit 35 Jahren. Für uns ist Bauphysik, Baubiologie und Baupraxis seit Jahren der Schwerpunkt. Melden Sie sich zu unserem Webseminar an, am 06.02.2021. Wichtige Punkte für das Webseminar sind Fallbeispiele. Senden Sie uns im Vorfeld Bilder zu, sowie per Mail Ihre Fragen. Wir begleiten Sie auch nach dem Webseminar bei Ihren Bauvorhaben, direkt vor Ort oder via Skype, mit Baustoffkunden und deren Anwendung, sowie Anleitungen zur sachgerechten Sanierung vor Ort. Zeitgemäße Baustoffe finden Sie auf unserer Homepage oder Sie kommen in unserer Ausstellung. Für ein gesundes Wohnklima, Saramnieren mit Dämmstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen, Lehmbaustoffen und Naturkalk. Marke in Bewegung, Eiwellehm, das grüne Baustoffregal. Waldemar Eideh Waldemar Eideh Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und empfehlen uns weiter.